Grüßen, ich glaube im Namen der Fraktionen aus den Reden Kurve, Bad Oeynhausen und Löhne und freue mich, dass wir hier in so großer Runde heute sind, um gegen den Ausbau der Südbahn Stellung zu beziehen. Vielleicht gebe ich nochmal einen kurzen Überblick über den Sachstand. Im November des letzten Jahres kam die Bedarfsplanüberprüfung Schiene des Verkehrsministeriums des Bundes auf den Tisch. Da wird man dann als Abgeordneter nicht besonders darüber informiert, sondern da taucht irgendwann ein 800-seitiges Gutachten auf und dieses 800-seitige Gutachten bezieht dann Stellung zu allen Vorhabenplanungen, die es im Bereich Schienenausbau gibt. Und durch die Unterstützung von Lothar Ibrüger, dem ehemaligen planetarischen Staatsdivitär und auch dem ehemaligen Bundestagsverordnungsgericht für Bad Oeynhausen, haben wir uns dieses Gutachten angeguckt und da festgestellt, hier gibt es eine deutliche Verschiebung der Prioritäten in Bad Oeynhausen, in Löhne, in Plotow, die hier sehr, sehr viele Bürgerinnen und Bürger und nicht zuletzt den Kurar-Totel. Bis dahin war es so, dass eigentlich die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen waren, bis 2015 die Strecke Mienen-Haste auszubauen und hier für die Nordbahn dann auch Lärmschutz vorzusehen. Jetzt kam dieser Bedarfsplanüberprüfung. Man hat gesagt, der Plan am Mienen-Haste ist nicht mehr die günstigste Strecke, sondern wir überlegen uns, die Südbahn auszubauen. Hat dabei aber viele Faktoren außen vor gelassen. Den Lärmschutz außen vor gelassen, schwierige Verkehrssituationen, wie hier an der Kreuzung der Molder Straße mit dem Bahnübergang außen vor gelassen und hat einfach auch nicht mehr in die Planung mit einbezogen, was sich seit der Reduzierung des Schienenverkehrs auf der Südbahn hier in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Und wir waren uns sehr schnell einig, dass das für die Menschen hier ein ganz, ganz heftiger Einschnitt wäre, wenn die Südbahn so ausgebaut würde und dass es auch eine wirkliche Gefahr für den Kurort hier vor Ort in Bad Oenhausen wäre. Dazu kommt, durch die Umstellung dieser Planung, würden sich alle Maßnahmen an der Nordbahn mindestens um ein Jahrzehnt nach hinten verschieben. Wir sprechen bei diesem Schienenverkehr über große Planungszeiträume und darum ist es so richtig und wichtig, dass wir jetzt protestieren, weil der Schienenverkehrswegebedarfsplan, schönes Wort, wird festgelegt 2015. Und wenn man vorzeitig und rechtzeitig ein großes Signal aus der Region sendet, Parteiübergang mit allen Vertretern aus den Räten, aus den Landtagen, aus dem Bundestag und dort rechtzeitig gegensteuert, dann sehe ich da eine gute Chance, dass wir diese Planung auch verhindern. Öffentlich gemacht haben wir das Ganze im Frühjahr 2011. Das wurde gleich unterstützt durch den Regionalrat, der eine einstimmige Resolution gegen diese Planung auf den Weg gebracht hat, durch die IHKs hier in der Region und aus Niedersachsen, die gesagt haben, es kann nicht sein, dass sich der dringend notwendige Ausbaumlinienhaste weiter verschiebt und dass man hier den Kurort kaputt macht. Es gab dann ein Gespräch in Berlin mit dem parlamentarischen Staatssekretär aus dem Verkehrsministerium, Herrn Ferlemann, der uns dringend darauf hingewiesen hat, die Region muss aufpassen. Es ist jetzt Zeit, Argumente zu sammeln und die hier auch vor Ort dann einzubringen. Das Gespräch kam zustande durch Vermittlung von Steffen Kampeter. Auch hier nochmal der Dank in die Richtung, das zeigt wirklich, dass wir hier partei-übergreifend unterwegs sind. Und das ist ganz wichtig an der Stelle. Darum ist es auch wichtig, dass alle Räte einstimmige Beschlüsse getroffen haben gegen diesen Bahnhausbau. Wir hatten dann eine Kommunalkonferenz Anfang Mai mit 150 Teilnehmern, mit Vertretern auch aller Parteien, von der Bundesebene, über die Landesebene, über den Regionalrat bis hin zu den örtlichen Fraktionen. Auch das war schon ein sehr deutliches Zeichen. Und dort gab es den Besuch aus Niedersachsen, den wir heute mit so großer Runde, wie es mich sehr freut, erwidern können. Dazu kamen die Resolutionen des Kreistags in Lübbecke und die Gründung einer kommunalen Arbeitsgruppe, der Städte Bad Oeynhausen, Löhne und Floto. Also, diese kommunale Arbeitsgruppe beginnt jetzt im September ihre Arbeit. Da geht es darum, auf der Verwaltungsthebene das entsprechend zu begleiten und die entsprechenden Sachargumente zu liefern. Ja, so sind wir hier im Moment unterwegs. Und ich glaube, dass uns dieses Thema die nächsten Jahre beschäftigen wird. Dass wir alle gemeinsam gefordert sind, hier wichtige Argumente zu sammeln für unsere Region, für die Menschen, die hier leben, für den Kurbetrieb, aber auch für den Lärmschutz an der Nordbahn. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, des Weiteren ist geplant und das ist gelungen, das haben Steffen Kampeter und ich zusammen gemacht, den entsprechenden Leuten der Bahn hierhin nach Bad Oeynhausen einzuladen, zu einer internen Gesprächsrunde, damit wir auch rechtzeitig die Vertreter der Bahn informieren, wie die Region über dieses Vorhaben denkt. Das Ganze wird Anfang Oktober passieren und so wird eins zum nächsten kommen. Und was ich auch für ganz wichtig halte, ist, dass wir hier vor Ort das Ganze mit Schnahtgängen nochmal begleiten, dass wir durch die Wohngebiete durchgehen und so auch die Bürgerinnen und Bürger informieren und deutlich machen, was sie wirklich betrifft und was vor Ort hier passieren könnte. Vielen Dank.